Ich bin jetzt fertig für eine Weihnachtsfeier, die ich auf der Arbeit habe. Ich habe mir so eine neue Creme gekauft, weil ich gehört habe, dass die unter Make-up voll gut sein soll. Mal gucken, ob da was dran ist. Ich habe die eben aufgemacht. Ich probiere die jetzt das erste Mal aus. Die ist echt flüssig irgendwie. Ich bin gespannt. Und die ist richtig klein. Dafür habe ich 12 Euro oder so bezahlt. Und diese Weihnachtsfeier ist der Dresscode schwarz-weiß plus irgendwas Rotes. Ich weiß noch nicht genau, was ich anziehen soll. Meine Nägel sind schon mal rot. Und ich habe mir von der Schwester von meinem Freund einen roten Scrunchie ausgeliehen. Da ich meine Hautfarbe nicht akzeptieren möchte, benutze ich so eine Liquid-irgendwas. Hyaluronsäure-Teil. Ich merke gerade einfach, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit habe. Ich muss in 40 Minuten los. Ich hasse diese Foundation, was auch immer das ist, weil die tropft überall hin, außer auf mein Gesicht. Die Pipette ist voll dreckig, aber nicht in der Pipette drin, sondern außerhalb von der Pipette. Scheiße. Egal. Ich habe keine Zeit. Junge, ich mache gerade alles dreckig. Ich bin so lopfer. Ich komme damit nicht klar. Ich benutze es erst seit neuestem. Ich heule. Jetzt bin ich noch mehr gestresst. Scheiße, jetzt hier alles dreckig! Jetzt bereue ich es auf jeden Fall, dass ich noch nicht mein Outfit rausgesucht habe, aber ich habe mir gerade schnell was in meinem Kopf zusammengestrickt, was ich anziehen könnte. Und da wir kein Selbstbrenner aufgetragen haben, brauche ich jetzt auch echt viel für meinen Hals. Aber ich ziehe... Ah, ich ziehe sowieso einen Rollkragen an. Ich brauche doch nicht mehr... Junge. Das habe ich schon gemacht. Egal. Scheiß drauf. Ich habe jetzt noch Concealer aufgetragen und trage jetzt noch ein bisschen Puder unter die Augen auf, damit ich nicht so glänze wie eine Speckschwarte. Leute, ich kann jetzt nicht so viel mitfilmen. Ich kann ihr kein Make-up-Stellen machen, weil ich mich eh wie ein Opfer schminke. Deswegen werdet ihr nichts verpassen. Okay, ich bin jetzt fertig angezogen. Ich habe alles doppellagig an. Also ich habe unter meiner Hose noch eine Leggings an, unter meinem Oberteil noch ein Oberteil an. Parfüm ist fast leer. Da kommt nichts raus. Mein Scrunchy und das war's. Das war's.